Moin Leute, Willkommen bei German RC Playground zu einem neuen Adventskalender Video. Wieder mal der Crayton 8S. Der ist hier nagelneu, wie ihr sehen könnt. Das ist von einem Kollegen. Und der ist mit 2210 ausgestaltet auf dem Ritzel. Hatte ich ja schon angekündigt. Der wird ja wahrscheinlich die 72, die ich hatte, mit meinem Lockerknacken. Lockert auf Null. Gut, dann geht die Kette. So, jetzt kommt er. Jawoll. Elf Kilo Monster mit der Geschwindigkeit. Aber was sagst, wie fährt er? Super. Schön stabil, ne? Ja. Aber du kannst halt nicht mit dem Ritzsatz vergleichen. Ne, ne. Einzig was man halt vergleichen kann ist, das sind beides halt 1000 Euro Basher-Boliden halt. Aber grundverschiedene Autos. Ja. Also, was hast du gefahren? 81,4. Das ist schon üppig, ja. Ja. Gut. Jetzt ist natürlich Kaltjahreszeit. Wird natürlich gucken, wie das halt sich auf Dauer aus... Hitsentwicklung und so weiter. Ja. Danke fürs Zuschauen, Leute. Und dann ja, bis morgen zum nächsten Adventskalender-Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.